das verrückte ist uns fehlt auch noch die letzte ich muss auch schon wieder raus das bett ruft viel erfolg noch alles klar lidschi vielen dank fürs vorbeischauen und ich wünsche dir eine gute nacht hyper crown ah ja das hat es ihm auch jetzt heißt es geradeaus fliegen bis dahinten oh man why has nimicke always been so powerful first it became a thriving trade center with immense prosperity came great power wasn't the prophet here yes he worked to perfect and mass-produce his tookerock scourge maxi but he failed maybe not what do you mean rumours are that he was promised the council's financial backing but they betrayed him his vaccine never left nimica why not allowing the tookerock scourge to ravage the galaxy gave nimica a stranglehold on trade and power nimica escaped by closing its borders they wanted him to fail and guaranteed that he did all for that power yes ah credit it's your path alone seeker dann finden wir mal raus was hier passiert ist was zum kuckuck ist das was ist hier passiert leaps of debris for the pilgrims leaps of debris for the pilgrims but there are still bodies floating good be a warning they've wasted enough of our water supplies could elder cyrus's people be involved hmmm elder cyrus are you suggesting elder cyrus is killing pilgrims the same people the prophet entrusted to his care maybe maybe he fears losing influence with so many of them here the pilgrims are more faithful to the sacred guardians and they dread cyrus venerated elder it worked i still have the other prototype do not let fear corrupt you legionnaire no i'm ready i'll do it your loyal sacrifice shall cleanse you ehm will die da den jetzt oder was für ein opfer that prototype weapon is still here somewhere there all traffic stopped they will attack soon if the weapon uses void crystals i can detect it okay i'll get close to those pilgrims groups please scan them it's not here for sir any nothing yet how about them no prototype weapon we must find it soon let's check the other traffic and now for sir nothing maybe they left no scan please found it there after him you should hold your fire i know he is getting away faster you my best is but i should just follow him yeah he ran when he saw me you are a seeker in league with the sacred guardians gentes gentes cyrus leo he went inside and he only has one way out and and the 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 people learn he's killing pilgrims they will provoke an uprising and cyrus will move in and seize control to cleanse come 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 and didn't him and he he hinterher fliegen wie weit genau verfolgen wir den jetzt scheine ich bis hier ich bin bereit für den krieg und wie diese waffe beim letzten haben wir also haben wir auch so eine waffe bekommen welch ein großer fan von tja da haben wir noch es gibt es die prototipen siegher shoot me i'm already in chorus my mission is in chorus Aber du? Du wirst nie wissen ihn. Lass ihn ihn an uns. Alle, außer ihm. Ja, für jetzt. Acker! Man! KABOOM! KABOOM! So, den hätten wir. KABOOM! 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 Okay, nun mal. kleine Wieder zwei, das gibt wieder Boni. Dann verfolgen wir ihn mal. Ja, wir waren das gleiche, bis ihr uns verletzt habt, bis ihr ihn verletzt habt. Der Angriff ist schützend. Ja, jetzt raus, die Rechte der Stern. Wir haben es geschafft. Und Saras wird vermutlich, dass du stirbst. Vielleicht. Zumindest die Waffe wird neutralisiert. Awan, komm her. Was war das, Nora? Eine öffentliche Kampf mit Saras? Das ist eine Begründung der Krieg. Das sind die Wahrheit. Nora. Awan, du wirst genau was ich machen. Ja. Ja. Es ist nur schneller, als ich es erwartet habe. Will die Guardian kämpfen? Wir würden nie streichen. Aber... wir werden... die Wahrheit, die du erklärt hast. Er weiß, wo das führt. Es ist inevitable. Okay, Nora. Du bist bereit für die Wissen des Nimica-Systems? Das Tablet? Ja. Die sacreden Guardian warten für dich. Dann werden wir uns bald treffen. Nara raus. Mission abgeschlossen. Okay, jetzt müssen wir wieder da hinfliegen. Und da ist immer noch ein Fragezeichen. Und da ist immer noch ein Fragezeichen. Äh, so. Während das kleine Raumschiff mal da hinfliegt, bin ich mal ganz kurz um die Ecke. Bis gleich. Das ist eine Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen. Und das ist ja so. Das ist ja so. Und das ist ja so. Und das ist ja so. Die Eckezeichen ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was silenced At first What changed? Cyrus became greedy He stole and plundered Increasing rebellion Many believed he had outlived his usefulness To the Prophet And would be replaced I was meant to replace him But I disappeared And Cyrus stayed And now you're back So, da bin ich wieder Und fast an Fast angekommen Kaum bist du weggegangen Und fangen die Charaktere an zu reden Die quatschen die ganze Zeit I'm only here for the tablet Who are you, Seeker? I am the Seeker's voice, Guardian Guardian Awan We recognize you as her voice This pilgrim learned the Void's song As a Seeker She uncovered the truth And protected its wisdom Her honesty, bravery And humility Are proven beyond this reality Now The path of wisdom Leads her to the tablet What is the Seeker's name? It is Nora Who entered the rift at my side Who returned unscathed And who I trust with my life Is this the entire truth? Yes She is Exalted We recognize you as Nara As one of us Protected by us And protecting us Forever You shall enter the sacred shrine And learn from the tablet In chorus, Guardian In chorus Dann machen wir mal Ob die Tür Ich sag nicht, dass wir die jetzt mitnehmen, oder? Ist dir das egal? The faceless rejected him He doesn't fear There's no hatred He was a danger Huh Accepting our true self Without this seed of corruption The faceless cannot manipulate us Even the prophet Did not attain this state But I will I must Okay Okay Zwei von drei Die Sache ist hier Drunter ist noch was Aber das ist tatsächlich draußen drunter Dann müssen wir mal runterfliegen Your uprising has begun Awan, status Parts of Cyrus' own legion have mutated And many followed But he's crushing them All The people of Nimica are suffering Again But It is no threat to the tablet, right? Asgardians, we must stay out of this I cannot I cannot watch the fur For the truth, I revealed Oh Hoppala Da betreibt man ein bisschen Sightseeing Und plötzlich greift ein Gegner an Oh, ich kann mein Suppelichtantrieb nicht Oh, komm schon Oh Ah The attackers are down Fagin any damage Hold Rege imminent Understood, Captain Da kam irgend ein starker Angriff von hinten. Das ist was sie gesagt. Geise Geschwindigkeit ist langsam. So, dann wollen wir Uno kurz nachladen lassen. Zack. Na wo seid ihr? Da. Zack, hinter. Flitz, Angriff. Dort. Dort. Was ist das? Geht doch. Jetzt ist die Kampfkraft wieder auf 100%. Wooh! Wooh! Geht doch. 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 Aber wo? Da steckt der kleine Freund sich. Mit dem großen Schirm. Anscheinend mit dem großen Schiff. Mops Geschwindigkeit. Kann ja nur Stunden dauern. Hallo Freunde. Duh. 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 Okay, das wird so nix. Äh. Kann ich nicht mein eigenes Schiff haben, bitte? So mit Fähigkeiten und schnell bewegen. Nora, alle Guardianen sind in der Schreie. Aber die Kampf ist hier. Wir sind besprochen, die Tabletten zu schützen. Es ist die Macht. Cyrus braucht es. Ich werde dich mitnehmen. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was passiert? und Naren, der früheren Schreiber gewählt. Der Kult-Slayer hat die Schreiber gegründet, hat die Schreiber gegründet, und die von der Nymika. Ich bin der Vertreter der Nymika, und der Heilige Schreiber. Ich bin der Vertreter der Schreiber gegründet und Sie sind alle Heretics. Sie sind alle Heretics. Entworte ich. Ich werde Wiede sein. Ich bin der Kiri. Die Schreiber hat die Schreiber gegründet. Ich muss die Schreiber verfolgen. Wir müssen die Schreiber gegründet sein. Und ich werde die Dämonen aufgeführt. Was ich die Schreiber? Sie werden die Schreiber schlöten. Ich werde die Schreiber nicht nur auf dem Schreiber gegründet. Good luck, Nora. Uhm... Hmm... Hmm... Okay, die haben eben noch erzählt, wie Cyrus alle manipuliert hatte. Gierig wurde und deshalb durch die Protagonistin ersetzt werden sollte. Nur ist die dann weg und der konnte machen, was er wollte. Ja, ich weiß, das Problem ist, sobald ich hochgehe, schießen mich die Kanonen von dem Ding, von dem Schiff ab. Das ist das Problem. Das war ja das, was ich eben auch hatte. Ich bin auch hochgegangen und... Und die Kanonen vom Schiff haben mich einfach gefressen. Okay, heilen kann ich mich aber nicht nochmal. Aber was hat er mich jetzt... Was trifft mich denn gerade? Und jetzt, wir haben einen Christopher. Oh je. Gibt es vielleicht einen toten Winkel? Das ist die Frage, wo ist der nächste Checkpoint? Wahrscheinlich wieder, dass wir da hinfliegen müssen. Endkampf? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Endkampf wird gegen den Propheten sein. Also, das noch nicht. Jetzt sind wir zu hoch dafür. Oh, 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 oh. Ist ja nicht werde. Und Naren? Genau! Und die Nachilibgegr król? Wir haben dich beschwert den Gemern. Wir müssen... Ich brauche die Nachwuchs. Und die also von dem Filmem perdu. Ich bin ja naturell Prot Ob weibliche Nachwuchs. And you are all heretics. Surrender! I will be merciful. I must destroy that universe. One crystal down. A wand that turret's above. Understood. Fellow Guardian, it is our duty to protect our sacred wisdom. Ja, assiste Nara. Oh oh. Wir fliegen jetzt einfach mal. Einfach mal außen ruhen. So. Perfekt. Und jetzt müssen wir wechseln. Wir fliegen jetzt. Wir fliegen jetzt. Ich hörte Syrus. Die Propheten. Er muss nicht nicht verabschiedet werden. Er ist in. Wir holen ihn. Wir können ihn nicht erreichen. Wir können ihn erreichen. Wir können ihn erreichen. Wir können ihn erreichen. Syrus ist nicht auf dem Weg. Das ist nicht ein Schiff. Ja. Ja. Er hat sie eine Art. Und eine Person. Das ist Cyrus! Wie ist der Dämon mit dem Schiff? Wir müssen das Ende des Abwechslung. Wir müssen ihn verraten. Wir müssen das nicht von mir, nicht dieser Zeit, Naran. Nach dem, wir müssen ihn verraten. Cyrus, du denkst, dass ich die Energie gelme. Ich werde das Ende des Abwechslung. Wir werden nicht, wir werden ihn nicht verraten. Du willst nicht, du kannst. Du kannst du sehen. Du kannst du sehen. Eine Energie gelme. Was ist der Dämon! Cyrus, kein Chorus für dich. Und jetzt? Und jetzt? Da ist wieder ein Item. Schauen wir mal, ob das noch geht, bevor... Credit! Das Schiff bleibt einfach bestehen. Warum auch nicht? Wenn sie das reparieren können, wäre das ein riesiger Benefit. Nora! Ich bin entschuldige, dass es so kommt. Ich bin entschuldige, dass es so kommt. Aber du kannst nicht von uns sein. Du kannst nicht sein. Du kannst dein Weg anders sein. Du bist anders. Du bist viel mehr als ein Seeker der Wissen. Du exemplifikierst Wissen. Die Menschen sehen in dir, was in den Propheten verloren ist. Sie wissen mich nicht. Sie wissen dich als jemanden, der nicht versucht, zu töten Tausende, um den Zirkel zu verhindern. Sie entfernen die Korruptionsseite. Und jetzt ist der Zirkel. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich kann sie nicht verhindern. Grief. Dein Weg ist anders. Geh, Nora. Höhle ihn. Ich will. In Chorus, Bruder. In Chorus, Frau. Nach der Schlacht. Nach der Schlacht. Nach der Schlacht. Nach der Schlacht. Ich habe alle Wissen von den Tabletten gelernt. Dann bist du bereit, das Ritual des Propheten zu sein. Und ihn zu finden. Lass uns den Kinook-Field zurück. Im Herzen. Aber bevor wir das machen. Ähm. Kann ich das Ding jetzt eigentlich selber zerstören? Da oben ist wieder ein Item. Wir können bestimmt nicht bis dahin pflegen. Oder? Der Kater kann ich nämlich auch nicht dahin. Ja. Wie zu erwarten war. Hauptquartier des Prophetentrons. Haaa. Ja. Ja. Oh. Hey Nara, I could use your help. It's time to close a certain chapter of my life. Yes, let's do it. There. Welcome to the Prophet's Ears HQ. I'm burning this place and their secrets right to the ground. I see. You will finally let me to your darkest secret. But I need you to stay outside. We, I... Can you clear a path for me and some associates? Of course, whatever you need. That's Propheten-Ohr. We need to see what we need to do. We need to get out of here. Okay. We need to... I see multiple power generators. You could evade their security forces. Or... You could hunt. And... And... So if I didn't even... Ausweiche. Wo kommt man denn da hin? Wo. Down. Hello. How did I get out of here? Doh. All right. You can... How did I get out of here? Ich bin ja auch noch nicht fertig, meine Liebe. Immer diese Hektiker. Alarm läuft jetzt auch. Was hätten wir? Was hätten wir? Wir müssen Raketen nachladen hier. Was hätten wir? Das hätten wir. Ah, da haben wir Nummer 2. Energie geht da. Da fängt jetzt die Zeitspanne und ich mache 50% mehr Schaden. Wir brauchen auch noch 2 weitere davon. Ne, noch 1. Moment. Energie. Energie. Drei. Ne, wir haben alle. Renegade. Ähm. Verlängere die Zeit der Überhitzung. Blöp. Blöp. Er hat doch noch eins. Die Feuerrate der Gatling Kanone ist um 100% erhöht. Die Feuerrate der Gatling Kanone erhöht sich um 100%. Ihre Projektile fügen Pansu Schaden zu. Die Feuerrate der Gatling Kanone erhöht sich um 100%. Kommt jetzt der Endkampf? die Feuerrate der Gatling Kanone erhöht sich um 100%. Die Feuerrate der Gatling Kanone erhöht sich um 100%. Die Feuerrate der Gatling Kanone erhöht sich um 100%. Okay, das Schiff ist ok. Da haben wir erst eins von drei. Mh. Mh. Paketengeschwindigkeit, top. Laser benutze ich so gut wie nie. Mh... Mh... Sinne ist auf top. Gegner zerstört auch. Perfekt aufzweichen. Das haben wir quasi auch schon fast Level 5. Der boosten, getötete Gegner. Uh, 190. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Forza. Was? Wenn ich verfehle, werde ich nicht alleine sein. Ich könnte alle, die mich vertrauen. Alles, die ich liebte. Ich bin nicht mehr gespannt. Ein glücklicher Sentinel. Okay, das Ding macht eine ganze Menge Schaden. Ei, 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 ei. Das macht eine ganze Menge Schaden. So, zack. Achso, untersucht die Erinnerung. Und ich muss ihn dort folgen. Ich gehe das Ritual durch. Beschriften mit der Stegerweisheit, Amarokweisheit. Okay. 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 Es ist Zeit, um den Ritual zu fortsetzen. Es wird stärker. Und so sind sie. Und der letzte Schrein. Uiuiui. Einfach mal ignorieren, was hier gerade vor einem passiert. Das wird er drücken. Unsere Träume, unsere Schuld, unser Potenzial. Und der letzte Kampf. Nicht? Äh, hallo. Jetzt! Die Song in meinem Kopf ist so loud. Nara. Don't push back. Find harmony. Und flow with the song formless and untouched. Now, I am a pure force. A pure force? Das ist ein Moment, wo er verrückt wurde. Und das letzte Punkt. Höchst wahrscheinlich, meine Liebe. Höchst wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Aber was macht's? Äh. Ah. Wir sahen am letzten Mal noch besser aus. Höchst. 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 Oh, wir sehen ihn mal in Persona. Der Typ sieht komisch aus. Der Typ sieht komisch aus. Er ist nicht circul Yuri. Der Typ. Er ist egal, was sieuger. Er ist... Die Beste haben wir geliebten. Die Beste hat dich. Use the force! Yes, Nan, yes! Use your hate, your rage! Shatter her! Destroy her! No! She is me. She is a part of myself. Hate will not get me anywhere. I'm done listening to you. Interessant. I'm a force in the shadows. Aber was macht die Fertigkeit? Abgesehen von ihrer Stirnbeschriften. Mit all der Kontrolle. Um einen Gegner zu halten. Was? Ach, du liebes Bisschen. They only project what they once saw. Okay. Okay. Aber wohin? Okay. Gone. Your slaughter. Never after. The pain. Will always be a part of me. A galaxy. Your true faith. Corriated. Oh, yeah. I will never deny it. The only peace you find is through us. I don't deserve peace. You severed all ties. They're gone. But the prophet's presence grew. I must face his fate. To move on. This night. Pure pain. No. It's all necessary. I must welcome it. Cleansing. Close the up my shadows. The thing. 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 Was ist öffnet? Faseless, kannst du... Kontrollen auch? Ja, ich kann sie schreien. Ha, Crash Test. Kontrolle Level 2. Stoße Gegner ineinander. Stoße Gegner in Objekte. Du hast sie alle zerbrochen. Er herausfordert mehr... ...eines Vergangenes. Das ist ein völliger Verderbnis. Hm. Hm. Das erklärt, warum er so anders war. Ja. 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 Ja.